Oh, ich hab meine Items eingestellt. Verdammt. Das ist wirst... Ah, das ist eh mein Xbox, dann muss ich eh alles richtig eingestellt sein. So, das ist eigentlich immer so eine Zeige. Flare. Nein, da weiß ich überhaupt alles. Ah, ich leide die falsche Bumme. Welche Sachen gibt's da? Ich sehe hier überhaupt kein Ziel. Ach doch, die sind alle ja vom Hafer. Sechs Ziele. Drei oben, drei unten. Da ist er, ist das normal? Ja. Ja, ich geh mal ein bisschen zockern und schau, ob das so gezeigt wird. Ja. Also bis du unten war, hab ich immer. Ja. Bis aufs Radar schauen. Das stellt, ob du oben oder unten bist. Mhm. Siehst du das? Ja. Nicht, da ist nämlich ein Pfeil. Und ich bin ein Pfeil auf dem Radar. Ja. 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 Ich bin durchgangs sechs. Ja. 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 Ja, du bist doch nicht im Aufzug, so dass ich das beurteilen kann. Nein, aber das andere... Oh, sie bist direkt neben mir. Ja, unsere Ziele ist nicht im Aufzug. Ich geh nur wieder zu meinem Ziel. Na, das steht eigentlich ganz gut. Gut, die hier oben. Oh, bei mir ist einer. Dem ist der Oma. Da haben sie dem vorbeigerannt. Jetzt haben sie geschossen und dann noch mal zusammengerägen. Was ist das? Lunchroom, Tearoom. Lunchroom und Tearoom ist jeweils ein Ziel, aber das ist nach oben. Nein, was ist das? Ja, das ist was, was sie hacken können, damit es ein Tier aufgeht. Da müssen sie eigentlich daneben ein Tier selber in die Schilder rein. Wow. Unten, bei dir. Ich bin unterwegs. Ach, nein, Gott, ich schaffe nicht. Schlagen, schlagen! Ich weiß nicht, was ich geschafft habe. Gott. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt irgendwie... Ich bin jetzt irgendwie... Ich bin jetzt irgendwie... Ich bin jetzt nicht mehr zu mir gekommen. So, ich fahre jetzt mal einen Stockweg. Ja? Also, im Buddha Raum, da könnte es auch gut etwas essen kommen. Ja. Was ist da eigentlich alles... Spezial? Was ist Spezial? Oh, bei mir ist schon wieder einer. Da, weil du bei den anderen gerade umbaut hast. Ab was ohne. Also, ich geh da hin, jetzt brauchst du nicht die Geld. Gott, Deutsch. Ähm, da in den Genossen haben wir es einer. Ja. Geht, oberer Gang. Ich stehe jetzt da. Siehst du das bei ihm? Ah, ja. Das war das? Ja. Gut. Du bist wahrscheinlich der, wo begonnen war. Ich sehe ihn schon. Ja. Nein, das bist du. Du bist da oben. Ja. Der Typ ist da oben. Der ist in einem großen, offenen Raum. Geh mal du nicht da lang, wo ich dann geh. Ich geh jetzt da vorne und dann rechts. Ich geb der... Ja, bei, bei mir ist er. Das ist gerade doch ein Schatten wird gehackt. Das ist das unten genau. Das war das, wo er da vor einer war. Der, wo fast fertig war. Ach, da ist er? Und genau drum, da ist Ahrens. Okay. War das noch was? Ich weiß nicht, er hat hier rum das zwar gefunden eigentlich. Ja, wann ist der da? Wer bist du hier rum oder wei? Nein, ich kann das mal erkundigen. Ja, oh. Ja. Ganz oben ist einer. Der müsste dann irgendwo runterkommen. Irgendwas wird gehackt. Nein. Oder kann man mich nicht hacken? Ja, das ist für dich hacken. Weil ich an dem Spyker getrenn habe. Die wird einmal da auch gezeigt. Siehst du den? Äh, jetzt ist der Punkt? Ja. Der roter Punkt. Ja. Ich fahr mit dem Aufzug runter. Ich bleib da oben. Was ist hier? Ja, ich geh jetzt runter. Ich geh jetzt runter. Jetzt wieder runter. Es sind alle zwei? Ja, dann kannst du auch runterkommen. Dann ungefähr da wo sie davon gehabt haben. Ja. Der ist nur weiter unten. Geht's dir nur weiter runter? Ja, die sind am selben Lippe wie ich. Wie sieht's da aus wie? Ich schau mal mal da. ja wenn du mal war der unten? im Wasser? ja, gerade war das Affe ok, das war der wo die Kettkottob ähh, wenn los war das? was ist meine Marnesium? jetzt steht er noch bei dir? nein, ich hab bloß bei meiner 10 gerne ah, wenn halt ist einer was oben? da ist er ach, da war er jetzt glaube ich, bist du da hingekommen was, weil ich da hingekommen bin? ja, gerade noch nicht nicht, bist du nicht gespannt also das ist halt ganz ein langer Gang oben naja, genau dasselbe bei unten ähh du hast gerade irgendein Geräusch gemacht oder ist das die eine? ohm, und an der Hacking ohm? ja, meinst du mal, ich bin unten ich bin unten? ja, genau eins drüber ach, die haben noch gar ganz geschafft, oder wie? stirb du Sau was denn? ja jetzt wird die neue Granaten abgeschossen ich kann noch mal, ey, abgehangen das ist bei dir noch einer? nee ich kann dann mal nicht ich darf mal noch eine Mine setzen ja, ich setze mal dauerne wo der das gehabt hat ja, aber man sollte vorher schon mal gemacht ja, dann muss ich halt da sitzen gift Mine da ist auch noch eins weiter oben bei dir oder was? bei dir oben bei dir oben jetzt ist er auf selben dem Weg da ist er ja, ich hab ihn schon also, wenn er nicht darf jetzt ist er da ich meine, erst umhauen und dann, dann zieh ich euch da mal ziemlich genau zieh fix nochmal das gibt's doch nicht, man das bohnt's doch ihr das bohnt's doch ihr das ist ja ja, weil Mine empfehlen machen wir mal heilen dann die soll ich heilen? nein, ich hab mich geheilt also ganz fassen geheilen das meint, dann mal da lassen wir nicht rein da ist der Raum, der schaut für mich als wäre es ein Meeting-Round oder Lobby oder Nange oder ist überhaupt nichts oben ist wieder einer da sind beide oben ich geh jetzt nochmal runter das sind beide oben und du gehst runter ich geh mal ich komm mal von hinten einfach da ist einer her oben ich nehme hinter den Aufzug nach oben da ist bestimmt der das Ding nehmen woher weißt du, dass ich jetzt bei komm? wo ist er? warum? bei mir oder Öher gescheises der bis jetzt ich bin genau das ist das ist da ist aber nur einer weil ich hab mich nicht geschockt, der ist mich davon gelebt so, das ist du da ist einer der da drin? ich hab gesehen geh weg ja, der kann mich nicht packen wenn er mich gerade geschockt hat ist der unten? ja, ist der am Wasser sag's dir, wenn du den hast wo? kanate, schmeiß ich runter, Achtung warte, ich muss ich treffen passt also du bist jetzt unten, ja ok äh, unten ist einer, jahre unten ich hab keinen Schuss mehr ja dann soll ich mich selber umrühren? schleicht unten nein, der ist aufgekommen rennt da wo der andere dort geredet ist renne einfach hinterher unterhalten ich mich auch genau unterhalten ich mich auch genau passt, passt, passt jetzt hab ich jetzt nichts mehr ja dann, äh, sag mal äh, dings jetzt mal einen Magnesiumfackel noch hin, da verschehe ich jetzt noch ein paar ja, aber der frisch, der soll ich umbringen ja da gibt's aber ein paar mit, äh, dings äh, mit uns gehissen, das sollst du auch mal finden was auch nicht? ja, weiß ich nicht das soll ich mal rein jetzt bitte umeinander machst du der da mal? ja, gell, dann schau ein bisschen, was dann, äh, enge Röme machst dann kannst du's nämlich schlagen schlagen ist dann für die stärksten Waffe wieder selten sonst ist's nicht vergessen ah ja, da ist das ey, da ist was holen holen, nachladen ok passt wieder? ja, Schuss habe ich wieder das andere nicht, kommt da eh nicht mehr was kann ich das jetzt tun? Garten und Lift ok, Garten ach, das ist der Garten da ist wieder einer bei mir, nur einer ich bin... was wundert der? wundert mich einfach mal wieder schlagen mein, mein, ach, das ist... ok, das war noch nicht, dass mein Radar ausgeschalten ja, das ist ja gelingen, ich hab mir grad keiner, der mir nähe ist ja, ich war mal weg zu dir ja, aber hey, ich find dein, das soll eigentlich gar nicht so schlecht da oben ist einer ganz oben ah, ich sehe ihn in rote Sicht her da ja, das ist ja wahrscheinlich irgendwo eine bleibst du da? ich schau da aber an ja, ich schau mal an unten wo unten unten halt, da wo so was auch meine andere ok, da der hackt das andere unten kommt ja da wieder ich komme noch nicht du bist da unten nein, ich bin auch oben verdammt naja, du... naja, du... naja, gar nicht, allein muss das ich kann jetzt bloß ein Licht frei hocken, aber nicht zu ziehen da ist einer, bei mir ist einer bei mir ist einer ne, mein, halt, oben ist ja... da ist einer ok, 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 da ist einer nicht gefühlt ich nicht ach so sollst du eigentlich eine wo meine meine augelegt haben? ja, ich hab alle meine also bis auf deine was... äh... da kannst du jetzt wieder an die legen was, nein, kann ich nicht der ist tot ich hab keine mehr ach so, du hast keine ähm, Backpack nein ja, ok, ich kann da auch... ich kann da auch eine gehen na, geh auch mal eine warte mal, bei mir ist schon wieder jemand ja, wenn wir uns mal wieder treffen ja ich bin unten, wo bist du? ich bin unten ok, ich glaub ich weiß, wo du bist ja, dann geh ich jetzt auf na, ja, jetzt geh mir doch erst mal eine Mimel ja, ok ja, warte äh, geht na, wirst du? fast fast du hast eine gut, dann ist gut oh, die ist besser denn keine ja, die hast du nur geraden wahrscheinlich nicht, oder? doch schon, ich bin erst genug also Buddha-Raum haben zwei äh, rauskommen Möglichkeiten ja, da hab ich schon was ich gelegt das passt doch, ich warte, ich geb dir mal noch eine Gerade ja, gut so, ich geh jetzt auf, ich fahr jetzt auf um auszunehmen ja ich stimme jetzt mal, weil ich oh, unten ist einer, hier unten ist einer ja nein, das ist oben ich geh auf, du bleibst hier unten der ist aber irgendwie hinter mir kann vielleicht jetzt kann ich nicht mal vorbeigregen du, wo bist du jetzt schon wieder herum? weil der vor mir gestanden ist ja, ok, jetzt kannst du nicht da wieder gehen unten ist einer, unten ist einer ja, ja, ich bin schon unterwegs wo? und direkt unten, wo mir jetzt gerade gestanden sein bisschen weiter her, richtung Main Hall Also du machst, dass der schon wieder ans Hecken denkt, oder was? Ich weiß nicht, ich glaub, der ist bloß mal bescheuert. Irritiert aber, wir haben jetzt noch 34 Sekunden Zeit und da... Oh, über mir ist auch noch einer. Da ist keiner. Unten ist er, unter mir. Denkst, bei dir muss er da noch sein. Ich he die ganze Zeit los. Ja, der ist einfach. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Kann man halt nicht sehen. Ja, haben wir eh gewonnen. Aber, also als Söder ist dein Map eigentlich nicht schlecht. Spion, wenns vorsichtig bist, ist das wahrscheinlich auch gut. Ja, da war ich ertauschen. Oh, das ist ja schlimm. Schnell nicht kapastorinke. Vielen Dank. Vielen Dank.